Jo, Reaktionsfreude hier auf beiden Kanälen und herzlich willkommen zurück zu diesem erneutenden Reaktionsvideo hier auf beiden Kanälen. Wie ihr das schon im Titel sehen könnt, bei OGFan-Kanal und bei Team OGFan. Hat ja gesagt, Reaktionsvideos könnt ihr noch auf OGFan. Aber ich habe beschlossen, wenn es in Videos über die Melli, über Okko beziehungsweise und über Siki, werde ich jetzt auf beiden Kanälen hochladen. Und deswegen Leute, wenn ihr auf beiden Kanälen neu seid, schaut doch gerne nochmal nach, ob ihr ein Teil von meiner OGFan-Community seid, wenn ihr nicht einfach mal abonnieren und die Klocke aktivieren. Und das selber auch hier auf Team OGFan-Klocke aktivieren und ein Abo da lassen. Und gerne auch ein Like da lassen. Danke für den Support. Ich hätte gesagt, ich bringe direkt rein. Die Reaktion hier auf OGFan kommt heute schon früher. Die Reaktion auf Team OGFan kommt heute gegen 20 Uhr online. Oder weil es eine Ausnahme ist, weil es halt um die Melli geht, werde ich das Video heute früher hochladen auf meinen Kanälen. Ja, ich habe hier schon einen Kommentar geschrieben. Jo, jo, ähm, ja. Ja. Jo, was läuft, was läuft. Echt Respekt, was auf deinem Kanal abgeklasse. Was abgeklasse. Ich werde darauf reagieren, das Video. Ich werde so auf das Video reagieren auf das Video und so auf dem Team OGFan-Kanal hochklatschen und klatschen. Also habt ihr gesehen, ich habe hier schon ein Abo da gelassen. Und natürlich einen Kommentar geschrieben. Und die Melli hat fast 200 Abo. Deswegen Leute, geht alle zur Melli rüber. Lasst gerne bei der Melli ein Abo da. Ja, aktiviert gerne die geile Glocke und lasst gerne ein Like da. Melli macht seit neustens sehr, sehr nice Content mit Shorts. Und danke Bastian! Danke Bastian für dein Abo hier auf OGFan. Danke, Danke, Danke. Das könnt ihr auch gerne bei der Melli machen. Aber ich hätte gesagt, bevor eigentlich das Video losgeht, ich mache nochmal einen kleinen Cut. Und zwar könnt ihr das sehen, das Video von SUI, das ist ja auch cool, das wissen wir. Aber das Video hat einfach 1000, hier nochmal, 1620 Aufrufe nach 23 Stunden. Respekt! Leute, Respekt, Respekt! Deswegen hätte ich gesagt, ab geht's! Guten Morgen, meine Lieben! Ey, ich wundere mal, ich war grad duschen, mein Haar sind nass. Leute, ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben! Leute, ich werde dir auch was abgeben dann, aber weiter geht's! Ähm, ich muss sagen, ich hab heute früh, hab ich auf meinen Kanal geguckt, dass das so abgeht. Wir haben, ich hab jetzt 192 oder 191 Abonnenten. Kuss geht schon mal raus an die neuen Abonnenten. Dankeschön! Ehre von euch! Und noch was muss ich sagen. Leute, folgt gerne der Melli auf Insta. Ähm, und folgt der Melli gerne auf Insta. Ich werde dann hoffentlich das Video, ihren Kanal und auch ihr Insta verlinken. Ähm, ja, das würde mich freuen, wenn ihr auf ihrem Instagram Profil vorbeischauen würdet. Weil sie ist da auch manchmal live. Weil ihr wisst ja, Melli hat das halt noch aus einem PC bekommen neun. Da muss sie jetzt dann noch OBS einstellen und so. Deswegen kommen gerade keine richtigen Videos, sondern nur so Shorts online. Die finde ich aber trotzdem gut. Und deswegen ist die Melli meistens auf Instagram live. Folgt da gerne dort. Link dazu, hoffentlich in der Beschreibung. Ich hab, äh, gestern? Gestern glaub ich war das. Ja, gestern. Ein Video. Ich sag's, hat einen Shorts gemacht. Mit Essie und Blitzy. Dieses Video. Das Video über Blitzy, das hab ich nicht gefunden. Ging durch die Decke. Ich schwör's euch. Ich hab da auf die Aufrufe geguckt. Es waren über tausend Aufrufe, Leute. Mhm. Ist das wirklich echt? Also, Melli und ich dazu, weil du anfängst, dass das nicht echt ist. Aus meiner Sicht sind die Aufrufe da echt. Denn man kann keine Aufrufe faken. Ich mach schon lange YouTube. Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben auf ein Video so viel Aufrufe gehabt. Gott. Wie oft das mit Essie und Blitzy. Es sind über tausend Aufrufe, meine Lieben. Siki oder Blitzy? Mit Essie und Blitzy. Siki oder Blitzy? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Es sind über tausend Aufrufe. Gott. Wie oft das mit Essie und Blitzy. Es sind über tausend Aufrufe, meine Lieben. Ich kann's gar nicht glauben. Das ist total neu für mich, weil ich kenn das sogar nicht. Ich hab noch... Ich mach schon so lange YouTube. Mach so viele Video Shorts. Und das mit Essie und Blitzy geht durch die Decke, meine Lieben. Eben. Das sind einfach über tausend Aufrufe. Ich bin... Wow! Das hatte ich noch nie im ganzen Leben. Ich schwör's euch, meine Lieben. Ich kann's gar nicht glauben. Dieses Shorts-Video von Essie und Blitzy hat über tausend Aufrufe, meine Lieben. Respekt. Ey, Kuss geht raus. Wenn das echt ist, na? Kuss geht raus. Leute, wir machen doch erst einfach mal... Wo hab ich das hier? Hier einfach mal ein paar Herzen für die Melli. Leute, jetzt schreibt doch gerne mal alle beiden Minuten. Hashtag Sex. Hashtag Sex mit dem Herz. Hashtag Sex mit dem Herz rein in die Kommentare. Ob bei ihr oder bei mir. Schreibt dann bei ihr einfach ein Herz in die Kommentare. Das ist schon echt sehenswert, Leute. Was die Melli erreichen kann. Obwohl sie keine Likes mehr macht. Obwohl sie auch keine richtigen Videos macht. Echt schon Respekt, Leute. Da geht echt schon mal Respekte raus. Aber es geht weiter. Geht raus. Ey. Wow. Und nochmal. Kuss geht auch raus an die neuen Abonnenten. Dankeschön. Wer auch immer abonniert hat. Ja. Genau. Also, das ist das erste Mal, dass ich so viele Aufrufe habe auf dem Video. Das ist krass, oder meine Liebens? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ihr müsst euch das mal angucken. Das war ein Shorts mit Essie und Blitzi. Ich hab einfach über 1000 Aufrufe. Respekt. Einfach Sue. Ne. Einfach Sue. wie Cristiano Ronaldo oder der ehrenhafte Orko. Orko machen würde ... Er würde einfach Sue. Er würde einfach dazu sagen. Sue Das ist der Hammer, Leute. Eben. Dankeschön, vielen Dank. Ich bin für mich geehrt. Dankeschön, meine Lieben. Auch an die meinen Abonnenten. Ehre. Ey, das müsst ihr euch mal angucken. Das ist der Hammer. Einfach immer 1.000 Aufrufe. Das mit Essie und Blitzi. Das hat jetzt, warte mal, 1.599 Aufrufe mittlerweile. Das ist der Hammer. Hammer, Leute. Kurz. Ich mache sehr lange YouTube. Und das ist das erste Mal im ganzen Leben, dass ich so viel Aufrufe bekomme. Deswegen, Leute, wer aufgeht, verliert. Deswegen, Leute, gebt die Masse auf. Auch für die Leute, die jetzt klein anfangen. Für die kleinen Streamer. Bitte gebt nicht auf. Wenn ihr das nicht schafft, über 100 Abonnenten zu kommen, nicht aufgeben. Arbeitet an eurem Ziel. Denn, wenn ihr nicht aufgeht, dann erreicht ihr euer Ziel. Mein Ziel war ja mal, die tausenden Abonnenten zu bekommen auf. Und hab, hab ich das? Ja, hab ich. Ich rede jetzt von meinem Hauptkanal Luchifan. Ich hab ans Ziel geklaut und ich hab's sogar hinbekommen. Deswegen, Leute, klaut ein neuer Ziel und dann seid ihr echt nah dran. Und aktiviert gerne die geile Glocke. Und vielleicht schaffen wir jetzt auch noch die 200. Weil es sind ja nicht mehr so viele. Deswegen, Leute, geht alle zur Melli rüber. Lasst gerne ein Abo da. Aktiviert ihr. Deswegen geht alle gerne zur Melli rüber. Aktiviert die Glocke. Und ja, einfach mal alle rüber gehen. Ob von meinem Team und Schiefeldkanal oder von meinem und Schiefeldkanal. Geht alle mal rüber. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann seid ihr eine coole Community. Ob bei mir oder bei Melli. Kuss. Geht raus. Denn die wird sich so über die 200 Abos freuen, Leute. Macht der Frau mal bitte ne Freude. Auch wenn ihr die nicht mögt oder so. Ich mag die Disney, eine ehrenhaftes YouTuberin. Ich hatte sie mit begleitet. Ich hatte sie getroffen, wie die 80 Abos hatte. Und jetzt hatte ich an 192. Also, Leute, lasst doch gerne mal bei ihr ein Abo da. Jetzt macht das doch mal. Ich nervt mich so lange jetzt herum, bis ihr das macht. Ihr könnt meinen Kanal gerne auch teilen. Freunden, Familien, Verwandten, keine Ahnung. Würde mich mega, mega freuen. Jetzt macht das. Schönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und arbeitet on. Leute, ich weiß, ich kann kontrollieren, ob du abonniert hast. Du da drinnen. Du hast noch kein Abo da gelassen bei der Melli. Jetzt geh doch mal rüber. Drück auf den Link. Folgt der Melli auf Insta. Und ich würde sagen, das war's. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Und tschö mit W.